Hi Leute, willkommen zu einer kleinen Let's Play Runde, diesmal Layers of Fear. Vielleicht ist es so von PewDiePie her, dem einen oder anderen ein Begriff. Und das Spiel sah doch stark danach aus, als ob man sich da sehr gruselt. Und vor allem, ich bin ja eh schwierig, was das angeht. Deswegen habe ich gedacht, ich spiele es einfach mal an. Ich habe mal kurz schon reingeschnuppert, das heißt, es kann sein, dass mich das eine oder andere nicht oder weniger überrascht. Aber generell ist alles neu für mich. Also schauen wir rein und mal schauen, wie weit wir kommen. Viel Spaß! Oh Gott, the torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper and my hands cut so many times on broken bottles. Each night drowning in a cold sweat. But there is a way. Way, to bring back what life took from me. The only precious thing. Okay. Alles klar. Hey, es buggt deutlich weniger als beim letzten Mal, als ich das angetestet habe. Schon mal gut. Ich habe von vornherein die Videoqualität ein bisschen hoch gedreht, weil sonst sieht man hier wirklich gar nichts. Ja, ich versage beim Öffnen. Also wir haben hier ein paar Zeitungsartikel. Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, nein, ich habe keine Angst. Ich fange mal oben an, damit keine ungewollte Überraschung kommt. Nett. Das war klar. Das wundert mich nicht. Fast, efficient and discreet. Das hat so ein bisschen was von Bioshock gehabt. Durchschnitt. Da muss ich sagen, das würde mich jetzt mal erschrecken, wenn ich schon kennen bin. Es ist mir schon bekannt, deswegen erschreckt mich das nicht mehr so. Alles klar, zerbatschen wir die mal. Oh, kann ich gar nicht, schade. Das war gar nichts. Apola. Wenn ich noch Musikunterricht haben würde, könnte ich das garantiert lesen, aber ich kann es nicht lesen. Mal schauen, ob wir spielen. Spielen können. Alles gut. Licht an. Wenn ich kann, habe ich die Neigung, in den Zeräumen immer das Licht anzumachen. Das Bild ist überhaupt nicht creepy. Schlüssel. Schauen wir mal, für welchen Raum wir den brauchen. Hier ist ja auch überhaupt nichts. Alles gut, nur ein paar creepy Puppen, ein noch creepigerer Hund. Und, oh, sind die nicht flauschig? Nein. Ciao. Also, für die, die es noch nicht wissen, ich bin ein sehr schreckhafter Typ. Das heißt, man kann mich ziemlich leicht kaputt machen, was sowas angeht. Zum Beispiel mit sowas. What the fuck? Okay. Ah. Pruschen. Immer. Das weckt und schafft Vertrauen. Gar keine verstörende Musik. Ich versage beim Öffnen. Aber ich glaube, das war es hier schon wieder. Mach es dieses Mal richtig, ja. Schauen wir mal. Aha. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Außer Reichweite. Außer Reichweite. Licht an. Licht an. Es geht nicht. Komme ich hier wieder raus? Ah. Alles gut. Alles gut. Mir ist alles gut. Alles gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Warum komme ich hier nicht raus? Ich wundere mich lieber mal nicht, dass die... Okay. Okay. Alles gut. 4, 8, 5. Schallem. Ja, die war auch gar nicht vorher da, die Tür. Überhaupt nicht. Ich wollte auch noch nie einen solchen Schakelstuhl. Sehr vertrauenserweckend. Ich verarschen. Ich habe den Eindruck, die Türen gehen immer erst dann auf, wenn ich genug Sachen in dem Raum geöffnet habe. Doch, hier komme ich wieder raus. Oh, das sieht gut aus. Ah. Nein, nein. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Hilfe. 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 Das hat Ähnlichkeit mit meiner Oma. Jetzt will ich meine Oma nicht mehr wiedersehen. Ich schaffe das. 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 Was sagt uns das? Wir gehen da nicht wieder runter. Wir gehen zurück. Ich habe ja die Tür schon aufgemacht. Und natürlich. Alles gut. Alles gut. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Paint Deep Lies. Alles gut. Der Künstler ist etwas... Alles gut. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Es tut gar nicht weh, ins Feuer zu rennen. Warum schmeißt man mir Bücher an? Warum tut man das? Warum tun die Menschen das? Ich will hier wieder raus. Und bin natürlich... Natürlich... Wie in einem anderen Raum. Mit einem Schrank. Wo natürlich Bücher drin sind. Natürlich. Ich würde hier auch heulen, wenn ich länger in dieser Wohnung wäre. Wie weiter ich gehe, desto verstörender ist das hier. Was ist denn, wenn ich rechts lang gehe? Gar nichts. Okay. Alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Mir geht es gut. Ich kriege keinen Nervenzusammenbruch. Ich kriege keinen Nervenzusammenbruch. Küche. Kleiner Funfact. Ich habe das schon ein bisschen, glaube ich, bei PewDiePie gesehen. Ob es mir dabei dann besser geht, weiß ich noch nicht. Ich mache gerne alles auf. Natürlich. Natürlich fliegen hier Äpfel raus. Das war nichts. Das war gar nichts. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Was ist das? Warum? Nein, warum? Ich will das nicht. Das ist Haut. Das ist doch Haut, oder? Okay, es ist Haut. Ich... Ich gehe dann mal. Tschüss. Oh, oh. Ich sehe was. Flamingos. Natürlich sind das Flamingos. Natürlich. Shapeless Dreams. Ja, ich glaube, ich schlafe hier auch nicht mehr so gut. Oh, oh. Oh! Sweet Jesus, Jesus! Hast du nur die Teile der Hetterstoole? Sag komm, du wirst gar nicht überhaupt wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. So hübsch finde ich die jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde jetzt sagen, an dem Punkt machen wir Schluss bei diesen wunderschönen Flamingos. In der Videobeschreibung findet ihr mein letztes Let's Play über Spookies House of Jumpscares. Und darunter kommt ihr zu meinem letzten Video. Vergesst nicht zu abonnieren, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ich weitermachen soll mit diesem Spiel, dann schreibt mir das in die Kommentare. Jetzt ist es wenigstens mein Spiel, wo ich mich auch wirklich erschrecke. Und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil... Aber das sehen wir dann. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß, eine schöne Woche, haut rein, ciao!